Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Darksiders Folge 39 Immer noch bei der Quälerin meine Damen und Herren Oh nein, das wird schon besser Oh nein, das wird schon besser So So geht das, Mann So 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 lebensstein dieser magische steine wird kriegsmaximale gesundheit erhält das alter werden samuel benötigt diesen gehstein vollmächtiger magischer energie um den zukunft zum schwarzen thron zu ermöglichen genug der pein zwar erledigt willkommen zurückreiter du hättest anklopfen können aber ich schätze das ist nicht eine art oder warum bist du hier dumme frage denn du bist der der in mein haus eingedrungen ist du warst nicht immer der schwarze hammer du hast dich ins exil zurückgezogen ein eremit zwischen grabsteinen warum welche rolle hast du bei all den gespielt utan reiter ich habe etwas für dich ein gutes stück arbeit aber ein bisschen zu niedlich für mich passt besser zu dir du hast meine frage nicht beantwortet alter vielleicht mag ich ja die umgebung na und du wolltest meine hilfe und ich hab sie dir gewährt wenn du weiterhin so undankbar bist werde ich irgendwann sauer sehe ich aus als hätte ich angst vor dem tod junge es ist nicht der tod den du fürchten solltest ein alter freund eine wunderschön gearbeite pistole die feind mit einem unendlichen vorrat an übernatürlicher munition dezimiert ein Du hast der Quälerin ge- Der alte Vulgrin hat etwas Neues für dich. Du bist so weise, wie du mächtig bist. Du verhandelst äußerst geschickt, mein... Der alte Vulgrin hat etwas Neues für dich. Der Tod. Und die massive gebogene Klinge der Sinse eignet sich für große Schwünge, die wir hier noch keine Feier vernüsten. Nice. Ander. Etwas, wir sehen uns weiter. Was ist der Fall, oder? Wusch der Fall? Wschst. 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 Das war's. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.